Untertitelung des ZDF, 2020 Schön, dass ihr da seid, hoffentlich zahlreich. Und heute wollen wir über ein unglaublich wichtiges Thema reden, nämlich Corona. Und neben mir sitzt Alena Büx. Alena, jeder kennt dich aus vielen Sendungen, aus vielen Artikeln und so weiter. Und vielleicht tust du mir einfach den Gefallen und du stellst dich selber vor. Wer bist du? Wer sitzt hier neben mir? Ja, sehr gerne. Danke, Ranga. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Alena Büx, ich bin Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der TU München. Und das sage ich extra zuerst, weil ich tatsächlich auch ein Leben nicht nur vor Corona in der Wissenschaft hatte, sondern auch immer noch während Corona. Die meisten kennen mich als Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Das ist aber nur, wenn ich das sagen darf, ein Ehrenamt. Eigentlich bin ich Wissenschaftlerin. Du bist Wissenschaftlerin, du bist von Haus aus was? Ich bin von Haus aus Ärztin und habe auch Abschlüsse in Philosophie, Soziologie und Gesundheitswissenschaften. Also du bist ein echter Überflieger? Nö, ich habe mich nur für viele Sachen interessiert. Und dann habe ich ja auch die Medizin klinisch nicht weitergemacht, sondern mich dann eben tatsächlich sehr schnell in den Bereich der medizinischen Ethik vorgewagt und da dann auch habilitiert. Und du bist jetzt, du lehrst also auf der einen Seite, du hast eine Lehrtätigkeit in München, aber auf der anderen Seite bist du natürlich gerade bei diesem Thema Corona mit all den ethischen Facetten eine der Fachfrauen. Und du hast, glaube ich, jetzt so einen großen Auftrag, also wenn wir noch drauf kommen, und du hast mir vorher im Vorgespräch gesagt, das darf ich dann nicht so richtig beantworten, weil du natürlich auch eine offizielle Funktion hast und insofern passiert da noch einiges. Ja, das ist richtig. Ich habe eine ganz normale Professur, die läuft auch weiter, das Institut läuft weiter und ja. Wenn wir uns Corona anschauen, also man kann dieses Bild ja schon kaum mehr sehen. Dann, vielleicht zuerst einmal so eine einfache Frage, wie hast du Corona am Anfang erlebt? Also ich frage jeden das. Das hat mich noch niemand gefragt, das ist eine echt gute Frage. Aber ich frage, ja natürlich. Danke dafür. Wie war das so im letzten Jahr? Wann wurde dir bewusst, dass überhaupt, hey, da kommt was? War das irgendwann im März? Ich habe zwei Punkte. Bewusst, da kommt was, wurde es mir im Februar, als ich mit Freunden sprach, die Kolleginnen und Kollegen in China haben und wir unsere erste Reise abgesagt haben. Okay. Und meine allerletzte Reise war ganz Anfang März nach Südafrika zu einem WHO-Treffen. Anfang März. Noch zu einem völlig anderen Thema. Und das war so ein Kickstart in Pandemie-Wahrnehmung. Da trugen die Leute schon Masken. Weil du in Südafrika gesehen hast, da tragen sie Masken. Und in Deutschland wurde zu der Zeit, glaube ich, noch so ungefähr debattiert, ob wir Fußballspiele zulassen oder nicht. Kann ich mich erinnern? Ja, das war noch längst, da waren noch von Schulschließungen keine Rede. Das war wirklich, glaube ich, der 3. März. Und da war in Südafrika, als man aus dem Flugzeug ausstieg, wurde schon die Temperatur gemessen. Und das war also einfach ein, es war sehr auch physisch spürbar, dass hier was passiert. Und das hat das Theoretische, was schon eine ganze Weile vorher gelaufen war. Ich habe mich ja mit Public Health Ethik immer auch beschäftigt. Ich habe ernsthaft, was ich selber abgefahren finde, vor zehn Jahren mal ein Kapitel zur Solidarität in der Pandemie geschrieben. Also ich habe mich tatsächlich theoretisch mit dem Thema schon beschäftigt. Aber das so plastisch zu erfahren, so unmittelbar, das werde ich nie vergessen. Also wenn man sich heute mal die Daten anschaut, ich blende einfach mal die aktuellen Zahlen ein. Also wir haben eine 7-Tage-Inzidenz, die liegt über 400. Wir haben Menschen, die sterben. Wir haben ja eine Bundesrepublik, die nur noch rot und rosa aussieht. Oder wenn man sich einfach mal den Anstieg anschaut. War das am Anfang so eine Situation, wo du gesagt hast, das konnte eigentlich keiner antizipieren, also dass das wirklich so relevant wird? Puh ja, also erstmal muss man sagen, zum Titel unserer heutigen Veranstaltung ist ja nach der Krise noch gar nicht. Wir sind wirklich noch mittendrin. Und ich will dir ganz offen sagen, ich bin ja keine Virologin, Epidemiologin oder so. Ich habe mich zwar mit Epidemien und Pandemien durchaus auch beschäftigt, aber jetzt nicht zentral. Ich habe das nicht abgesehen. Ich habe noch im ersten Lockdown gedacht, Schrägstrich gehofft. Vielleicht war es das? Wie viele wahrscheinlich. Wie durchaus viele. Und dann irgendwann, einfach auch durch viel Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die da sehr viel einschlägiger sind, war dann klar, das wird eine längere Sache. Aber dass wir jetzt, kurz vor Weihnachten 2021, in so einer schlechten Situation sind, hätte ich nicht erwartet. Ja, und jetzt weiß ich, der eine oder andere sagt, Ranga, du spinnst, wie kannst ihr nur so nah beieinander sitzen? Dafür muss man dann heute, und das ist einfach wichtig, sagen, erstens mal, du bist geimpft, geboostert, ich bin geimpft, ich werde nächste Woche geboostert. Und wir haben uns beide auch unmittelbar vor diesem Treffen hier, hier vor Ort nochmal getestet. Also sicherer. Ich habe mich heute sogar zweimal getestet, heute Morgen auch noch. Also das ist so eine, machen Sie eine Geste. Ja, machen Sie eine Pandemie-Geste. Wir wollen auch ein bisschen euch mit einbeziehen natürlich. Und wir haben die große Chance natürlich nicht nur einen Stream zu haben auf YouTube, wo ihr chatten könnt. Und ganz kurz vielleicht zu den Regeln des Chats. Es gibt die Freunde vom Futurium, das hier ist ja ein Futurium-Stream, die haben auch das Hausrecht. Das heißt, die gucken die Chats und schicken uns dann, okay, was sind die spannenden Fragen. Also an der Stelle auch mal, hallo Hannah, hallo Gina, hallo Monique, all die klugen Leute, die auf der Seite sitzen. Wichtig vielleicht, muss ich mal fairerweise dazu sagen, ist, es gibt ja auch oft so Besetzer, die sagen, ja, jetzt tumpeln wir rum. Wir werden euch ignorieren. Also wenn ihr Argumente habt, klar, willkommen, aber Blasphemie wollen wir natürlich nicht. Und wir haben daneben noch etwas Tolles und das ist die Möglichkeit, dass ihr interaktiv mit uns auch voten könnt. Und das will ich kurz vorstellen, weil wir haben einige Fragen. Also Alena, du kennst das wahrscheinlich auch, Mentimeter heißt, man geht hin und man kann entweder seine Handykammer, einschalten und den QR-Code einscannen. Dann kommt man automatisch auf die Website oder alternativ www.menti.com eingeben. Und der Code heute lautet 9803 2795. Und ich habe direkt eine erste Frage an euch, das ist sozusagen einfach eine Testfrage, also wenn ihr auf euer Handy guckt und das ist einfach der aktuelle Status, also seid ihr geimpft oder nicht. Das ist vielleicht einfach mal so zwischendurch zum Warmwerden. Übrigens wundert euch nicht, das dauert immer ein bisschen, das hat mit der Latenz zu tun. Latenzzeit heißt, das ist so ein bisschen wie die Krankenfälle und die Infektionsfälle. So ähnlich ist das hier auch. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen live, aber ihr seht das ein paar Sekunden später können wir auch machen. Also ich kann mal einen kurzen Moment lang die Uhrzeit einschalten. Das ist also jetzt die Uhrzeit, die wir sehen, 20 Uhr, 8 und 18 Sekunden. Aber ihr werdet wahrscheinlich gleich sehen, das kommt alles ein bisschen später an. Also insofern keine Sorge, das läuft so. Wenn ich mir Pandemien angucke, Alena, es gab immer solche Pandemien. Und es gab, wenn man sich das mal anschaut, hier die großen Pest-Pandemien. Das erinnert mich immer an das, was wir heute beim Robert-Koch-Institut sehen, die Zahlen, die Statistik. Da gab es das auch jede Woche. Was total witzig war, ist, wenn man genau hinschaut, unten gab es die Brotpreise. Die wurden dann auch noch mitvermittelt. Und damals war man ziemlich hart. Also da wurde man eingesperrt. Da kam Wachmann davor. Da hieß es, du darfst nicht aus diesem Haus raus. Oder eine andere Maßnahme, die wir alle kennen, die sogenannte Quarantäne, kommt eigentlich aus einer Zeit, wo die Schiffe möglicherweise die Pest mitbrachten. Und man gesagt hat, nee, wir wollen auf jeden Fall an der Stelle safe sein. Und im Grunde genommen wollen wir uns die Pest nicht einschleppen. Wenn man das mal vergleicht mit heutigen Maßnahmen, also dann muss man sagen, wir sind eigentlich doch sehr viel lascher geworden. Also früher eingesperrt, Wachmann davor, darfst nicht rausgehen, kein Internet, kein Stream. Ich würde nicht sagen, wir sind lascher geworden, wir sind differenzierter geworden. Wir wissen mehr als damals. Damals musste man die pauschalsten aller Maßnahmen verwenden, weil man ja zum Teil, also bei der Pest hat, wusste ja kein Mensch überhaupt, da kannte man Krankheitserreger noch gar nicht. Also Maskenpflicht gab es. Ich zeige euch einfach mal ein Bild. Aber man wusste überhaupt nichts von Übertragungswegen. Da gab es ja auch ganz viele Annahmen, dass irgendwelche bösen Geister oder dass irgendwelche, dass das irgendwie Strafe Gottes und was weiß ich. Also es gab sehr, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Ideen davon, was da eigentlich passiert. Und das Einzige, was man wusste, ist, bestimmte Maßnahmen bringen irgendwie was. Und dann ist man natürlich voll reingefahren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben die Individualrechte, also die Rechte des Individuums enorm aufgewertet im Vergleich zu früher. Und das ist eine gute Entwicklung. Die persönliche Freiheit, das, was wir in unserem Grundgesetz verankert haben, die Würde des Menschen oder wenn man an Artikel 2 denkt. Also wir sind nicht mehr Spielball von irgendwelchen da oben, die uns sagen, ihr müsst jetzt, ihr müsst das, ihr müsst das. Ich gucke mal gerade, Alena, auf unsere Statistik heute Abend. Also wer ist geimpft? Und da sieht man, das muss uns doch allen gut tun, alle bisher, die da gevotet haben, sind geimpft. Also an der Stelle zuerst einmal ein Glückwunsch. Ich hoffe, ihr seid ehrlich. Aber das ist natürlich ein Problem. Es gibt viele, die nicht geimpft sind. Und das führt in gewisser Weise eben genau zu der Situation, die wir heute haben. Ja, also es ist jedenfalls ein ganz wesentlicher Faktor, wenn nicht der wesentlichste Faktor, dass wir einfach im Moment die Situation haben, dass wir haben viele Dinge. Wir haben ein Virus, das sich ständig verändert, das ansteckender geworden ist ja über den Verlauf dieser Pandemie und sich vielleicht jetzt gerade wieder anschickt, noch ansteckender zu werden. Also Stichwort Omikron. Oder andere mögliche Virusvarianten, die da kommen können. Genau, da kann noch einiges kommen. Und wir haben tatsächlich die Situation, dass das effektivste Mittel in der Pandemiebekämpfung nicht von allen genutzt wird. Wenn wir uns, ich stelle direkt mal die Frage, weil dann habt ihr auch eine Chance zu antworten. Und ich merke, hier sind schon einige, die natürlich so schlau sind, die wissen sofort. Ich stelle immer die Fragen dazwischen. Und das ist eine Frage, die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Und ihr habt drei Möglichkeiten, nämlich sind die angemessen, gehen die zu weit oder gehen die nicht weit genug? Und was ich nun hier interessant finde, ist, dass doch das Votum der vielen, die zumindest hier beim Stream nachgucken, muss man fairerweise sagen, sagen, es geht nicht weit genug. Du befasst dich nun genau damit zu sagen, wo ist eine Grenze? Also was ist ethisch gerechtfertigt, was nicht? Wie ist denn deine Haltung? Geht das zu weit? Geht das weit genug? Also ich finde das wirklich wichtig, dass man sich klar macht, dass es da in den seltensten Fällen einfach irgendwie eine einfache, eine eindeutige Antwort gibt. Also gerade aus ethischer Perspektive muss man darum wirklich ringen. Deswegen das, was du historisch gezeigt hast, sozusagen, wir fahren voll rein ohne Rücksicht auf Verluste, das geht einfach heute nicht mehr. Und zwar zu Recht. Aber ich bin im Moment tatsächlich auch eher bei denen, die sagen, also im Moment ist es so, dass ja gerade verschärft wurde. Vor einigen Tagen hätte ich ganz eindeutig gesagt, gehen nicht weit genug. Ich bin ein hoffnungsfroher, optimistischer Mensch. Ich hoffe, dass wir klare Effekte sehen von den Verstärkungen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich auch denken, es geht eben nicht weit genug. Wenn ich zur nächsten Frage komme, weil das würde mich mal bei euch interessieren. Es gibt ja Maßnahmen, wo man sagt, gut, das macht man, so wie wir uns zum Beispiel heute Nachmittag getestet haben. Es gibt keine Vorschrift, die sagt, das müssen wir jetzt tun, sondern wir haben beide, du und ich, gesagt, okay, es ist sinnvoll, auch wenn wir geimpft sind. Es gibt immer ein latentes Risiko, dass wir vielleicht doch noch auch Überträger sein könnten. Das ist sozusagen ein Ansatz, selber zu denken. Und ihr habt eine Möglichkeit, ich blende euch das mal ein. Und Alena, das würde mich auch bei dir interessieren. Was prägt das Gehalten? Also ist es die eigene Einsicht? Ist es eher so die staatlichen Vorschriften, die da wichtig sind oder das Verhalten des Umfelds? Und hier sieht man das Ranking. Und was ich interessant finde, spricht wahrscheinlich für die Mündigkeit unseres heutigen Publikums. Die meisten sagen eigene Einsicht. Und das spricht ja im Grunde genommen dafür, dass man sagen könnte, okay, wir informieren euch, wir geben euch Ratschläge und eigentlich müsste es dann laufen. Es gibt ja Länder, die das so gemacht haben oder tendenziell eher so gemacht haben wie Schweden. Also ich will euch nicht zu nahe treten, aber da gibt es ja einiges an empirischen Untersuchungen, die durchaus zeigen, dass man sogar stärker wahrnimmt, das ist die eigene Einsicht, als das tatsächlich der Fall ist. Und das sage ich übrigens auch über mich selber. Ich bilde mir natürlich ein, das ist eigentlich nur die eigene Einsicht und keine Überzeugung. Also du merkst sozusagen unbewusst nicht, dass einer dich bucht. Aber man merkt, man merkt, also wenn man darüber nachdenkt, glaube ich, merkt man schon, es ist natürlich gerade so dieses ständige, regelmäßiges, oft das Umfeld und natürlich haben staatliche Setzungen einfach auch einen klaren Effekt. Also es ist tatsächlich, und das zeigt sich ja auch sehr schön in dieser Grafik, es ist eine Mischung von allem. Aus ethischer Perspektive ist es immer wünschenswert, so viel mit individueller Einsicht und mit eigener Verantwortung zu arbeiten. Aber das Gerät, das muss man ganz klar sagen, in einer Pandemie eben an Grenzen, weil einfach dieses Virus verdammt ansteckend ist, verdammt gefährlich. Und wir sehen jetzt beispielsweise, dass wir in einer wirklich zum Teil schon wieder ganz dramatischen Situation sind mit Intensivpatienten, die quer durch Deutschland geflogen werden. Die Krankenhäuser sind absolut am Anschlag. Und da ist dann sozusagen der Verweis auf die Eigenverantwortung. Vielleicht schon zu spät? Also vielleicht würde ich da auch nicht mehr davor setzen. Ja. Wenn wir nochmal auf etwas gucken, ich blende das mal ein, der letzte Deutschland-Trend, dann hat man da so ein bisschen den Eindruck, ja, da gibt es den Willen zu sagen, hey, die Maßnahmen gehen nicht weit genug. Also in anderen Worten, auch wenn, so wie wir das ja hier gesehen haben, im Grunde genommen die Eigenständigkeit im Vordergrund steht, scheint es so zu sein, dass viele sagen, oh, ihr müsst trotzdem einen Zwang oder eine Pflicht oder eine Regel etablieren. Weil es eine Mischung ist. Also nochmal, die eigene Einsicht ist super wichtig. Es steht nicht hinter jedem Polizist. Das geht gar nicht. Wir können, selbst wenn wir, und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja nicht alles runter regulieren, aber es ist einfach immer letztlich die eigene Einsicht, die sozusagen die vielen kleinen Entscheidungen im Alltag dirigieren muss. Aber gleichzeitig, um das nochmal kurz zu erklären, gleichzeitig wird, glaube ich, einfach im Moment wahrgenommen, das ist eine super gefährliche Lage. Ja, wenn ich jetzt hier vor den Baum fahre, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade bei euch ist, aber ich komme ja aus dem Raum München und wenn man da nachts jetzt vor den Baum fährt, das ist nicht lustig. Die Intensivstationen sind komplett voll, es muss gebettelt werden, um jedes Bett, das man irgendwie noch möglich macht in der Klinik. Und das hat einen ganz klaren Effekt auf alle, die jetzt im Moment ins Krankenhaus müssen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, wo die Leute sagen, schau, eigene Einsicht ist super wichtig, aber da muss man einfach nachschärfen. Jetzt haben wir natürlich jetzt im Moment diesen Hotspot, den wir immer wieder im Auf und Ab erlebt haben. Zu Beginn der Pandemie habe ich immer gesagt, Bremse und Gaspedal, also mir kam das immer so vor wie ein LKW, der den Berg runterrollt, ja, und da muss man bremsen, dann lässt man ihn wieder laufen, dann bremst man. So kommt mir das auch vor. Im Sommer, ja, waren viele Leute, die haben mich schräg angeguckt und gesagt, es gibt doch keinen Shutdown mehr, wir sind drüber, jetzt merken wir, es ist nicht so. In dem Zusammenhang gibt es natürlich einige, die das sehr klug vorhergesagt haben. Und dann gibt es, ja, solche Meldungen, die Lockdown-Macher, natürlich von der Bild-Zeitung, also ich darf jetzt ungeschützt, aber ganz persönlich sagen, das ist ein Drecksblatt, sowas macht man nicht. Aber das zeigt ja auch etwas, das heißt auf der einen Seite eine Gesellschaft, die die Tools hat, auch mal zu gucken, was wird passieren. Und auf der anderen Seite Stimmungsmache selbst von solchen Zeitungen, die sagen, die Lockdown-Macher, bitteschön, es ist das Virus und nicht diese Leute, die am Ende den Lockdown provozieren. Okay, da muss ich jetzt zwei Sachen zu sagen. Erstmal finde ich das unglaublich unverantwortlich, so etwas zu machen, weil die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ohnehin, die sich mit dieser Thematik beschäftigen, die ganze Zeit unter Beschuss stehen und am Anschlag sind. Und das ja sozusagen ganz freiwillig machen und irgendwie so ein bisschen als Dienst an der Allgemeinheit. Und das hat ja Effekte. Also so eine Schlagzeile hat ja Effekte. Da ergießt sich ja dann ein Hass über die Leute. Das hat ja bis ins ganz private Leben einfach mit Bedrohung und allem Pipapo. Also ich finde das in hohem Maße unverantwortlich. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist das, was ganz Interessantes, was wir gerade sehen und das sehen wir schon eine ganze Zeit. Zeit, auch historisch hat es das immer gegeben, so eine Art Sündenbock-Phänomen für bestimmte Dinge. Dass sozusagen Schuldige gesucht werden für alles Mögliche. Ganz parallel, während du das erzählst, dieses Bild ein. Es gab diese Pestpogrome und ähnliches. Und früher bezog sich das vor allem darauf, wer sozusagen das verursacht hat, also den Brunnen vergiftet oder was auch immer getan hat oder sich irgendwie falsch verhalten und deswegen kam die Strafe der Götter. Und dieser Tage sieht man eben auch so eine sich aufheizende Debatte. Und das macht mir echt Sorgen, das gibt es in unterschiedliche Richtungen, dass man nach Schuldigen sucht. Dass man versucht sozusagen die Bösen zu identifizieren. Ob das jetzt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind oder aber auch, muss man ganz klar sagen, ah ja, sehr schön, schönes Beispiel. Ich blende es ein. Genau, die Jugendlichen im letzten Jahr. Im letzten Jahr, die Jugendlichen, wo man einfach sagt, boah, das sind die Schuldigen, wie kann man nur oder die Reiserückkehrer. Aber ist das, frage ich einfach mal zuerst, ein Setup in einer Pandemie, dass wir, obwohl wir heute natürlich wissen, was die Ursache ist, dass es ein Virus ist etc., aber dass wir zurückfallen in diese alten Strafe Gottesmuster zu sagen, da muss ein Schuldiger her, die Köpfe müssen rollen. Und jetzt provoziere ich dich bewusst, indem ich sage, die Ungeimpften werden momentan als die Schuldigen gebasht. Ich sehe das manchmal so ein bisschen, auch da kommt viel Energie zusammen. Auf der einen Seite gibt es rationale Argumente, sich impfen zu lassen. Aber ich habe auf der anderen Seite manchmal so den Eindruck, da ist jetzt so eine Mauer, wo man sagt, boah, das sind die Schuldigen. Jetzt haben wir die gefunden. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also zum ersten Teil, ich glaube schon, dass man ja die ganze Pandemie sozusagen die Belastung ausloten musste. Wie viel mutet man den Kindern und Familien zu? Wie viel mutet man den Gastwirten zu? Wie viel mutet man der Wirtschaft und so weiter und so fort zu? Und dass das natürlich so ein bisschen bedingt, dass man immer darüber redet, wer verursacht denn jetzt wie viel? Aber ich komme schon dazu. Jetzt mit Blick auf die ungeimpften Menschen ist es natürlich so, dass sich nicht impfen zu lassen ein ganz klarer Beitrag dazu ist, dass die Pandemie weitergeht. Und je gefährlicher das für alle anderen wird, desto weniger sind die Menschen, und das ist von der ethischen Intuition her, von der moralischen Intuition her, muss ich sagen, völlig nachvollziehbar, dass die vielen, vielen geimpften Menschen sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, nicht nur geht das weiter, sondern wir sind jetzt sozusagen wieder akut gefährdet dadurch, dass wir eventuell kein Intensivbett kriegen. Und da muss man einfach aufpassen, so nachvollziehbar diese Emotion ist, dass man nicht zu schnell, zu ungerecht und zu undifferenziert so ein Wir-gegen-die-Schuld-und-Sühne-Dialog aufbaut. Ich habe die Frage, und da beteiligen sich auch schon einige, weil ich finde es einfach wichtig, mal zu fragen, gut, wie geht man eigentlich um mit den Ungeimpften? Ich sage bewusst ja auch schon mal nicht Impfgegnern, weil das ist polarisiert, okay? Wir haben vier Möglichkeiten. Das sind ja übrigens auch ganz viel unterschiedliche. Es ist die Toleranz, also man könnte ja auch sagen, okay, die haben eine andere Sichtweise, why not? Oder wir versuchen, das ist, ja, mit Argumenten weiter zu überzeugen, oder es gibt Einschränkungen im öffentlichen Leben, oder sogar, was man eben hier sieht, der große Knubbel unten, eine Impfpflicht. Ich frage deswegen, und wohlverstanden, damit wir sehr eindeutig sind, ich bin definitiv für das Impfen, aber ich habe so das Gefühl, wir bewegen uns gerade in so eine Sackgasse, wo Kausalitäten natürlich da sind. Klar, die Ungeimpften, die sorgen dafür, dass diese Inzidenzen hochgehen, aber, wenn ich mal ehrlich bin, das Krankensystem ist auch nicht so optimal, also mir sagen viele Ärzte, wir haben die Kapazitäten, aber wir haben kein Personal mehr, wir haben andere Phänomene wie, was weiß ich, wir lassen als Land, als Europa, als reiches Land zu, dass die Pandemie in anderen Orten einfach weiter brennt, damit natürlich auch Mutationen entstehen. Sind wir da vielleicht zu eindimensional, müsste man da nicht eher sagen, pass auf, es ist sicherlich nicht gut, wenn du dich nicht impfen lässt, aber es gibt noch andere Faktoren. Bevor hier so ein Krieg der Geimpften gegen die Ungeimpften stattfindet. Also ich glaube, beides. Ich glaube, diese Differenziertheit ist wichtig, dass man das alles nicht aus dem Blick verliert, dass man auch, es sind ja nicht alles Impfgegner, also es gibt ja diese schöne Studie, die die Typologie von Nichtgeimpften untersucht hat, es gibt bis zu zehn oder sogar zwölf Typen, sehr unterschiedlich, davon sind eine Reihe noch erreichbar und eine Reihe komplett eingemauert und dann gibt es noch mehr hier dazwischen. Das ist das eine. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gründe. Und da kann man schon noch was machen. Das andere ist aber, und das merkt man so in den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, das ist einfach eine große Mehrheit, die natürlich schon geimpft ist und die damit auch Hoffnung und Erwartung nachvollziehbar verbunden hat und die jetzt irgendwie sagt, wir waren lange geduldig und tolerant, jetzt ist mal Schicht im Schacht. Und das ist, wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass man diese Emotion auch wertschätzt und nachvollzieht, warum so viele das denken. Und dann sollte der nächste Schritt sein, was wir aber für unsere Gesellschaft nicht wollen, ist, dass wir sozusagen die undifferenziert, dies sind die Bösen und das sind die Guten, also so eine Durchmoralisierung betreiben. Ist aber anstrengend. Bin ich naiv. Also ich gebe dir mal so ein Beispiel, was mir passiert ist. Erstens, ich war in Berlin vor einigen Wochen und in dem Hotel frühstückte Schein, also der Chef von Bar & Tech, super Typ, übrigens an der Stelle Glückwunsch. Und auf der anderen Seite, ich ging dann mit meinem Kaffee den Tisch weiter, saß eine ganze Tafel da, ich gehöre zur Kontrollgruppe, ich bin nicht geimpft. Und dann habe ich einen Kaffee genommen und ich habe gesagt, hey, jetzt müsst ihr mir das sagen. Und dann gucken die mich an und sagen, wie sie reden mit uns. Da dachte ich, klar, wir müssen doch miteinander reden. Ist sozusagen die Dialogfähigkeit an der Stelle gegeben? Also wenn ich mal ganz den Lackmustest wirklich mache, habe ich oft den Eindruck, wir reden über die, aber wirklich mal persönlich, das ist manchmal schwer, es gibt auch einige, mit denen kann man nicht reden, ehrlich gesagt, aber es gibt auch welche, wo man dann so sondiert und feststellt, warum machst du das nicht und wo man so ein bisschen dahinter guckt. Das ist ja genau das, was ich meine. Das ist das, was auch zum Beispiel diese wirklich tolle Studie, die Cosmos-Studie von der Conny Beetsch aus Erfurt immer wieder unterstreicht. Also das sieht man wirklich in den Daten, dass es so unterschiedliche Gründe gibt. Und dass man da natürlich auch noch drauf eingehen kann und die Leute abholen kann. Und das macht mir tatsächlich Sorge, wenn uns das Flirten geht, dass man gar nicht mehr bereit ist, auch mal sich was anzuhören und sich zuzuhören. Wie gesagt, ich verstehe den Groll und ich verstehe auch die Angst. Weißt du, ich werde als Medizinethikerin, das denken sicherlich auch einige da draußen, ständig gefragt, sag mal, muss man nicht eigentlich den Impfstatus bei der Behandlung irgendwann berücksichtigen? Wie kann das denn sein, dass mein Opa im Krankenhaus eventuell nicht behandelt wird? Also ich streite es extra auf die Spitze. Das ist etwas, was nachvollziehbar die Leute wirklich aufbringt. Und gleichzeitig, und das ist ein echt dickes Brett für eine Gesellschaft, muss man trotzdem in der Lage sein, immer noch über den Graben drüber zu gucken und reden zu wollen und es gemeinsam besser machen zu wollen. Du bist eine Ärztin und du hast den sogenannten hypokratischen Eid abgelegt. Und was ich da, nein, hast du nicht? Der hypokratische Eid ist ein historisches Dokument, aber... Ja, aber okay, also ich habe das jetzt versucht ein bisschen. Gut, jedenfalls, was ich, ich will auf folgenden Punkt hin, weil der ist ja auch total spannend. Du hast eine Klinik und da kommt jetzt ein schwer kranker, ungeimpfter Mensch rein, der muss intubiert werden, der kriegt Sauerstoff, da ist. Und das finde ich ja unglaublich schön eigentlich, dass der Arzt sagt, ich werde dir echt helfen. Also da gibt es nicht irgendwann so die Situation, wo man sagt, du bist ungeimpft, ne. Also das wäre jetzt ein bisschen ein Scherz mit dem hypokratischen Eid, weil wir natürlich viele medizinethische Prinzipien haben und es gibt auch ein sozusagen Gelöbnis des Weltärztebundes, das ist Teil unserer Berufsordnung und so weiter und so fort. Also ja, und in der Tat ist das so, dass die medizinethischen Prinzipien vorgeben, dass wir eben nicht so eine Art Verursacherprinzip untersuchen. Also Beispiel ist immer, das Haus brennt und Ärztinnen und Ärzte versorgen sowohl den Brandstifter als auch die Opfer des Brandes. Dass wir mal in einer Situation sein würden, in der das so kurz bevorsteht, dass es selbst, wenn es um lebenserhaltende Maßnahmen geht, die Knappheit so groß ist, dass diese Fragen wirklich relevant werden, hätte ich nicht erwartet und finde das fürchterlich. Und das sollte uns wirklich alle disziplinieren, möglichst dafür zu sorgen, dass die Zahlen so schnell wie möglich runtergehen und der Druck einfach auf den Intensivstationen und auf den Krankenhäusern wieder ablässt. Denn das sind grauenhafte Überlegungen, die selbst Ärztinnen und Ärzte und das Personal, also die aus der Pflege und all diejenigen, die da versorgen, die werden ständig damit konfrontiert. Medizinethisch ist das relativ klar, aber das widerspricht im Moment zum Teil tatsächlich den Bauchgefühlen, die die Leute haben. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Du hast vorher das Beispiel gebracht, was, wenn du einen Unfall hast, du gehst gegen einen Baum und so weiter. Ich habe zwei Folien, weil hier kommen auch schöne Chats rein. Also das ist immer hier Multitasking. Allerdings, du vor allem. Aber es gibt, welche Einschränkungen der letzten Zeit, fragt HS Hausverwaltung Immobilien, whoever that is, welche Einschränkungen der letzten Zeit haben Sie als unangenehm und nicht angemessen betrachtet? Ich habe auch gleich eine Frage dazu, aber ich habe zwischendurch auch eine andere Frage schon mal eingeblendet. Und ihr seid so schnell, dass ihr das alles schon natürlich seht. Denn ich habe mal einfach gefragt, bist du für eine allgemeine Impfpflicht? Und da siehst du, ja, Pink, also die Mehrheit, zumindest die, die hier anwesend ist, muss man sagen, ja. Also Impfpflicht scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein. Kommen wir zu den Einschränkungen und schau mal, also HS Hausverwaltung Immobilien, nochmal einen schönen Gruß. Guck mal, das ist deine Frage. Welche Corona-Einschränkungen belasten dich? Und vielleicht ganz kurz für euch, da könnt ihr jetzt texten, weil das würde mich auch interessieren, weil für den einen, der sagt, ich weiß nicht, Maskenpflicht geht mir auf den Nerv. Impfen war für mich zum Beispiel überhaupt kein Thema. Aber hey, dass ich meine Kinder nicht so sehen darf oder dass ich ältere Menschen nicht so besuchen kann. Was sind so die, ich meine, du bist eine junge Mutter. Das ist ja ein Knaller bei einigen, also die einfach sagen, ich kann überhaupt nicht mehr arbeiten, weil die Kids sind zu Hause und mir brennt die Decke. Und du bist wahrscheinlich noch im Vergleich zu anderen in einer privilegierten Situation. Natürlich, wollte ich gerade sagen. Also das hängt ja sehr davon ab, wie man wohnt und so weiter. Da geht es uns wirklich gut. Da geht es anderen viel schlechter. Aber ganz persönlich am belastendsten war ganz klar die Gleichzeitigkeit von Homeschooling und Homeoffice. Das war für uns alle nicht gut. Und das hat die Kinder wahnsinnig mitgenommen. Und die Kinder hat einfach immer mitgenommen, wenn nichts mehr möglich war, keine AGs, keine Freunde treffen und so weiter und so fort. Also wenn ich das mal einblende, währenddem du weiterredest, da sehen wir die World Cloud. Das kennt man aus allen Studien, dass sozusagen die sozialen Kontakte, diese harte Phase, wo man zum Beispiel nur eine andere Person treffen konnte, das war für Familien ganz furchtbar. Wir hatten so eine Bubble gebildet mit einer anderen Familie und wir konnten die nicht mehr treffen. Das war wirklich, das war für uns das Schlimmste. Aber HS-Hausverwaltung hat auch nicht angemessen gefragt. Und das finde ich eine spannende Frage. Es gab zum Beispiel einige Einschränkungen, bei denen ich das tatsächlich gedacht habe. Und das waren so Spazierverbote an der frischen Luft. Meine Tochter wohnte in München und die durfte nicht alleine auf einer Bank sitzen. Ja, ja. Das haben wir aber jetzt, glaube ich, juristisch geklärt worden. Ja, es gab das an verschiedenen Stellen. Also das war das, was man überschießend nennt. Das war weder evidenzbasiert, noch war das sozusagen verhältnismäßig. Verhältnismäßig. Also wenn das die Frage war, dann sind das solche Dinge, die im Prinzip absurd sind. Es geht ja darum, dass oft, also das ist zumindest meine Leitlinie als Mensch aus der Wissenschaft, dass ich sage, okay, ich nehme die Wissenschaft und wir haben tolle Wissenschaft. Da muss man ja mal fairerweise sagen, hey, was für ein Segen. Wir haben Supervirologen, Epidemiologen, wir haben Modellierer. Ja, also noch einmal, ich blende die Folie ein, weil diese blöde Bild-Zeitung, die kriegt es heute Abend und zwar voll. Wartet hier, das ist der Knopf. Also die drei, ne, die sind super, ja. Das sind wirklich Wissenschaftler, die alle drei, Viola, der gute Brockmann und der Michael Mayer. Ja, also inzwischen gibt es ja auch so, man kennt sich und Kompliment an euch, weil es ja gerade bei der Pandemie so war, das vorherzusehen. Also zu sagen, im Sommer, als die Inzidenzen niedrig waren, waren das genau die Menschen, die gesagt haben, hey, passt auf, wir haben Modellrechnung, wir sehen, im Winter wird das Ding wieder durch die Decke gehen. Warum wird so wenig auf die Wissenschaft gehört? Immer noch. Weil sonst hätte man ja anders reagieren müssen. Jetzt kurz vor Weihnachten ziehen wir die Notbremse, aber eigentlich hätte man ja weit vorher sagen können, okay, da hören wir genau hin. Also zum Teil wurde natürlich gehört, aber es nicht genug. Und ich habe dafür jetzt sozusagen zwei einfache Antworten. Die eine Antwort ist, dass uns, glaube ich, wirklich, und das sage ich jetzt ganz ungeschützt, das Wahljahr auf die Füße gefallen ist. Okay. Weil Wahlkampf sozusagen so eine Polarisierung bedingt und auch so dieses Wir-gemeinsam-jetzt-gegen-dieses-Problem zerschießt, weil man sich ja immer vom Anderen so absetzen muss und dann natürlich der Regierungswechsel hat das sicherlich nicht erleichtert, weil du sozusagen diese Machtübergabe hast, so ein gewisses Entscheidungsvakuum und so. Es ist einfach, das war sehr schwierig. Also heute ist ja, sind jetzt alle Minister fest. Ich darf mich outen. Ich bin ja ein, ja, ich bin nicht politisch, ich bin in keiner Partei, aber ich bin ein Fan von Karl Lauterbach. Ich finde den einfach klasse. Der ist auch, du darfst jetzt gar nichts sagen, aber ich finde es schön. Und Karl, wenn du uns zuhörst, Glückwunsch. Ich freue mich, weil das sind so genau die Stimmen, die ja in dieser Pandemie unglaublich wichtig waren, die einfach wissenschaftlich klar gesagt haben, hey Leute, wir müssen das machen, egal was drumherum passiert. Aber der zweite Punkt, und das kommt da jetzt ins Spiel, ist, dass das unangenehme Dinge sind. Und das will man ja eigentlich nicht hören. Und ich glaube, viele tun sich auch immer noch schwer, diese Kraft und Dynamik von einem exponentiellen Wachstum zu verstehen. Und wenn das so nach niedrig aussieht, dann will man doch nicht hören, da wartet die Katastrophe schon wieder um die nächste Ecke. Sondern was man eigentlich hören will, ist, wird alles nicht so schlimm, kriegen wir schon hin, wir testen ein bisschen und wir impfen uns, alles wird gut. Kann man das überhaupt antizipieren? Jetzt verrate ich euch etwas, ich werde nicht Details sagen, aber es gibt so einige Expertenkreise. Und es gibt einen Expertenkreis, da bin ich auch Teil davon. Und es war total witzig, weil das letzte Meeting hatten wir vor ein paar Wochen. Und dann wurde gesagt, das nächste Mal treffen wir uns nicht online, sondern live in Berlin, wir gehen abends schön essen. Und es war für mich total skurril, weil, und ich sagte den Kollegen, ich sagte, weißt du, wenn ich gerade das höre, was ihr alle gesagt habt, heißt es, wir können nicht Weihnachten... Schön essen gehen. Schön essen gehen. Aber mir ist etwas für mich persönlich dabei klar geworden, es ist ein Riesenunterschied, etwas abstrakt zu sehen. Und wenn es dann wirklich konkret wird. Also ich kann für mich sagen, ich habe diese Entwicklungen sozusagen kalt gesehen, abstrakt gesehen, aber man hat keine Vorstellung, was das dann wirklich heißt, wenn es kommt. Ist das vielleicht auch ein Teil des Problems, dass wir immer unterstellen, die Politiker müssten die Visionäre sein oder die Wissenschaftler. Und man eigentlich merkt, hey, im Sommer, wenn einer sagt, die Inzidenzen gehen hoch, hätten wir gesagt, na ja gut, es ist doch jetzt nichts da. Ist das so etwas, was vielleicht auch so ein Failure-Programm in uns ist? Ich bin keine Psychologin, das ist ja eine psychologische Frage, aber ich würde dir absolut... Ja, aber du hast jetzt zwei Jahre oder fast zwei Jahre die Pandemie mit dir lebt. Ich habe eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Und wenn man ehrlich ist, auch bei einem selber, also genau wie du, habe ich auch Phasen gehabt, obwohl ich, ich meine, das RKI hat Anfang Juli, ich habe es mir heute aus einem anderen Grund mal wieder angeguckt, diese ganzen Modelle, wie hoch die Impfquoten sein müssen, um die Herbst- und Winterwelle zu vermeiden. Unter der Annahme, dass es Delta und nicht mal Omikron ist. Genau, genau. Also das war wirklich sehr absehbar. Ich habe mir die Modellierung alle angeschaut. Und ich erinnere mich trotzdem an Phasen im Sommer, wo ich gedacht habe, das wird alles gut. Und das wird alles nicht so schlimm. Wir haben als Menschen, glaube ich, einen ganz nachvollziehbaren Mechanismus, der ja auch gut und wichtig ist eigentlich, dass wir schon immer hoffnungsfroh sind und glauben, wird schon alles gut werden. Ja, klar. Man steht morgens auf und man sagt nicht, steh morgens auf und weiß, jetzt kommt die Katastrophe. Und es wird alles katastrophal, genau, sondern... Ich habe hier eine Frage von Simon Seibel. Und der sagt, ich habe eine Frage an Alena Büx. Die Impfung ist ja eher Eigenschutz wie Fremdschutz. Beendet das nicht die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht? Also, ja, wie ist das, Eigenschutz, Fremdschutz, das ist ja so eine dieser... Also, das ist von der empirischen Annahme her zu einfach gesprochen. Okay. An Simon, hallo. Es ist zwar richtig, deswegen winke ich ihm zu, das ist zwar völlig richtig, dass der Eigenschutz sehr stark, also stärker ist als der Fremdschutz. Aber insbesondere mit der Booster-Impfung wird auch wieder die Transmission sehr stark unterdrückt. Also, da stellt man das wieder her mit der Booster-Impfung. Erstens. Das heißt, dann ist es wieder so, dass Geimpfte sich selten anstecken und auch selten das Virus weitergeben. Seltener zumindest. Ja, nach Booster ist es dann wieder selten. Nach Booster ist es dann selten. Und sonst ist es seltener. Und was der Dirk Brockmann, der da eben auf dem Bild ja war, gezeigt hat, ist, dass gegenwärtig an acht... Also, Dirk Brockmann, wir wollen ihm die Ehre geben, Dirk... Zeig ihn mal. Da ist ja, das ist der links mit den vielen Haaren, nicht der rechts mit den vielen Haaren. Genau, der hat eine schöne, scheint ein Trend zu sein. Der hat eine schöne Studie gemacht, dass an acht bis neun Infektionen Ungeimpfte beteiligt sind. Von zehn. Also, 80 bis 90 Prozent. Das ist wirklich, wirklich viel. Also, erstens. Und zweitens gibt es ja noch die indirekten Effekte, weil nämlich die ungeimpften Menschen einfach ein super viel höheres Risiko haben, schwer zu erkranken und ins Krankenhaus zu müssen und ein Intensivbett zu brauchen. Und das hat ja wiederum auch Effekte auf andere. Also, das kann man überhaupt nicht so trennen, wie es hier in der Frage beschrieben ist. Es geht nur um Eigenschutz und damit hat sich die Impfpflicht erledigt. Wenn das so wäre, dann würde ich dem zustimmen, aber das ist tatsächlich nicht so. Und deswegen diskutiert man das so intensiv, weil man es vermutlich, weil sich das vermutlich nicht ändern wird, dass das so ineinander greift. Ich habe, ich will mal gerade ein Statement einführen. Ohne Verantwortung nennt man in aller Regel Egoismus. Und wir brauchen zur Bekämpfung dieser Pandemie mehr wir und weniger ich. Hier geht es jetzt ganz klar um Solidarität. Und der spricht ja von Solidarität. Also, letztlich, es ist nicht nur die Freiheit des Einzelnen, sondern es ist ja der Rest, den man immer berücksichtigen muss. Kant hat mal den kategorischen Imperativ genutzt und gesagt, handle so das, das was du tust. Wenn die anderen es tun, dann ist es okay. Also, wenn wir heute im Grunde genommen dieses Stück Verantwortung nehmen, ich frage dich einfach mal, wir haben ja diese ganzen Demonstrationen mal hart gefragt, sind das jetzt alles gnadenlose Egoisten? Doch nicht, oder? Also, Kant hat auch gesagt, jetzt mal paraphrasiert, die Freiheit des einen endet da, wo er oder sie die Freiheit des anderen einschränkt. Also, das muss immer in einen Ausgleich gebracht werden. Und das ist das, was wir in einer Gesellschaft immer haben. Wir wollen möglichst viel individuelle Freiheit haben. Wir wollen uns richtig austoben. Das ist uns wichtig, sollte es uns auch sein. Aber wir dürfen eben dabei nicht einfach andere schädigen. Und deswegen, und das ist, glaube ich, der Punkt mit diesem Wir, dass man sich klarmachen muss, ich kann nicht einfach wegtun, dass im Moment ein bedrohlicher Zustand herrscht. Und wenn ich mich nicht impfe, dass ich zudem auch beitrage. Frau Professor Alena Büx, jetzt provoziere ich, aber das ist ja ein bisschen mein Job. Das Argument heißt also, zuerst einmal, ich sollte mich impfen lassen, weil, wenn ich es nicht bin, gefährde ich die anderen, bringe die wirklich in eine furchtbare Situation uns als Gesellschaft ein. Muss ich gleich korrigieren. Ich sollte mich zuerst mal impfen lassen. Für mich? Für mich. Na klar. Um mich zu schützen. Aber wenn ich das nicht will, dann sollte ich es zumindest tun, damit ich nicht krank werde und ins Krankenhaus muss. Oder damit ich nicht andere anstecke. Okay. Jetzt nehme ich mal diese Logik, weil wir haben ja gesehen, ein Gro ist für die Impfpflicht. Ich spinne jetzt und ich sage, vor einigen Wochen hatten wir die große Klimakonferenz in Glasgow, die ganz klar sagt, es ist so, dass der Klimawandel kommt. Morgen, bei der Gelegenheit, darf ich einmal, ich mache jetzt einmal Eigenwerbe. Werbeblock. Einmal Werbe, bleiben Sie dran. Hier kommt der Werbeblock. Also, morgen kriegen die beiden hier den Nobelpreis und zwar nicht in Stockholm, sondern in Berlin. Und Klaus Hasselmann, das ist der Mann links, ist nun einer der Wissenschaftler, die ganz früh erkannt haben, gesagt haben, hey, wir Menschen produzieren diesen Klimawandel durch CO2 und so weiter. Und wir wissen alle, die Konsequenzen sind massiv. Wir wissen das weltweit. Wir haben das im Sommer bei uns auch erfahren. Man denke an die extremen Wetterereignisse, wo man einfach merkt, das kommt immer mehr. Ja, müsste man nicht mit genau derselben Logik, wie man sagt, wir brauchen eine Impfpflicht und ich bin, ich sehe das durchaus logisch, sagen, okay, dann brauchen wir auch eine andere Pflicht. Nämlich, ich, Schweinehund, also ich gehöre zu den Sündern schlechthin, ich fliege die ganze Zeit oder viel zu viel und fahre Auto und, und, und. Dann müsste man mir doch da auch auf die Finger hauen, weil das ist eine Dimension, die auch zeitlich, ja, die Generation meiner Enkel noch betreffen wird und so weiter. Sind wir da schizophren? Also in dem einen Fall sagen wir Pflicht und in dem anderen Fall sagen wir, oh, das kommt später? Also, ich, ich sage es mal mit einem Satz und dann noch ein bisschen komplizierter. Der eine Satz ist, die Logiken sind nicht deckungsgleich. Aha, warum? Das liegt daran, dass es jeweils, und das ist das Kompliziertere, wenn man so eine sozusagen pauschale Übertragung macht, bürstet man ganz viel weg, was relativ erheblich ist für den jeweiligen Gegenstandsbereich. Also bei der Impfpflicht zum Beispiel muss man sich eben wirklich ganz viele Dinge angucken, ganz konkret, die Risiken für das jeweils betroffene Individuum, die Risiken für alle anderen, die Schadenspotenziale, die Effekte. Man muss ganz viel empirisch wissen, also was hat das, wie könnten sich bestimmte Dinge verändern, man muss Gerechtigkeitsprinzipien sich anschauen, also man muss, das ist wirklich ein dickes Brett. Kleiner Werbeblock, wir arbeiten gerade dran, vom Deutschen Ethikraff. Und hat eine Riesenhausaufgabe, glaube ich. Deswegen kann ich auch zu Positionierung, was Impfpflicht anbelangt, hier nicht viel sagen, aber das ist sozusagen bei uns gerade in Arbeit. Und das Gleiche muss man und müsste man und tut man ja auch schon zum Teil mit Blick auf den Klimawandel machen, aber genauso sorgfältig, wie man das bei der Impfpflicht machen muss, müsste man das für jede einzelne solcher Verpflichtungen auch für den Klimawandel machen. Und deswegen kann man nicht von A einfach auf B schließen und zweitens, und das ist noch der letzte Satz, den muss ich da einfach reinschieben, weil mir das gerade heute wieder die verfassungsrechtlichen Kollegen gesagt haben, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man eben nicht solche undifferenzierten Ausweitungstendenzen hat. Und so etwas muss man sich im Einzelnen sorgfältig anschauen. Na klar, also ich will ja auch an der Stelle nicht jetzt sozusagen, dass wir irgendwann ein Staat sind, der bei allem, du darfst überhaupt nichts mehr machen, ja, wenn ich atme, sündige ich schon. Aber ich finde an der Stelle irgendwo mal die Logik, ich meine, wir sehen es ja auch. Pass auf, ich würde dir noch Beispiele bringen, weil du hast nur von der Logik gesprochen und du hast das übertragen von dem einen auf dem anderen. Da muss ich als Ethikerin immer sagen, das ist komplizierter, als es klingt. Aber wo ich glaube, wo der wichtige Punkt ist, ist, dass die Struktur des Problems ähnlich ist. Individuelles Verhalten hat kollektive oder sogar globale Effekte. Und dieses neu zu tarieren, wie viel dürfen wir dem Individuum zumuten, wie stark muss sich das Individuum gegebenenfalls einschränken, um dieser Effekte, auf das Wir, das gerade beschrieben war, oder eben sogar die globale Weltgemeinschaft. Ich nehme immer sowieso das globale Wir. Also ich zeige euch das nochmal. Hier sieht man nur mal so als Beispiel. Wir diskutieren hier über Impfpflichten und Leute, die nicht geimpft werden wollen. Schaut euch die Karte genau an, dann seht ihr, da gibt es einen ganzen Kontinent. Und da würden viele Menschen sich gerne impfen lassen und ja, aus vielen Gründen, weil das Geld fehlt, weil die Infrastruktur fehlt und, 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 passiert es nicht. Also das ist ein Ausdruck von einem, wie ich finde, Mangel an globaler Empathie. Die Pandemie läuft zwei Jahre und wir machen viel zu wenig. Ja, Mangel an globaler Solidarität. Solidarität hat sich also viel praktischer, denn man muss sozusagen das eine tun, das andere nicht lassen. Also man darf natürlich schon in seinem eigenen Land überlegen, was brauchen wir, was machen wir. Aber es gibt einfach, es ist so wichtig, dass wir nicht glauben, dass wir uns das angucken und sagen, das geht uns alles nichts an, sondern wir müssen die Pandemie weltweit in den Griff bekommen, sonst ist sie auch bei uns nicht vorbei. Also selbst diejenigen, die man über Solidarität, globale Solidarität nicht kriegt, sollte man über so eine Art aufgeklärtes Eigeninteresse kriegen. Wir sehen das ja bei Omikron, jetzt wissen wir noch nicht, was und wie schlimm Omikron wirklich ist, aber dass das eine neue, ganz stark mutierte Variante ist, die sehr unangenehm werden kann, das ist jedenfalls schon irgendwie sichtbar und dass das nicht die letzte sein muss. Und die Modellierer sagen uns ja alle, genau da, wenn die Pandemie so richtig am Rauschen ist, also wenn dieses Virus immer wieder eine Chance hat, sich zu vermehren, von einem zum nächsten zu springen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau solche Escape-Varianten, wie man sagt, hochkommen. Also insofern wäre es ja fast egoistisch gesprochen, in unserem eigenen Interesse da mehr zu machen. Ich stelle mir das auch nochmal aus einer völlig anderen Perspektive vor. Also ich meine, ich habe meine Kindheit in Indien verlebt, was du, ich habe von daher so eine, manchmal vielleicht eine Sensibilität, das auch mal aus der Perspektive des anderen zu gucken. Ich nehme mir jetzt irgendeinen jungen Menschen, der, keine Ahnung, in Südafrika lebt und der sagt, Deutschland, also die reden erstens mal von, da gibt es hier schon die Leute, die sagen, wir wollen kein Moderna, sondern das, wir wollen Impfpflicht und der denkt, was haben die Probleme? Ist da in Zeiten der Kommunikation, des Internets, des globalen Handels, müsste man nicht paaren mit einer Impfpflicht hier auch vielleicht, eine Pflicht zu sagen, hey, und wir müssen dafür sorgen, dass die auch? Also es gibt ja so verschiedene Selbstbindungen, COVAX-Initiative und so weiter und so fort. Meines Wissens sind die Ziele verfehlt worden. Also das, was versprochen wurde, was geliefert werden sollte, was gespendet werden sollte, das ist meines Wissens... Hat man bei der Klimakonferenz auch gesehen, also in Glasgow, in Paris. Man muss fairerweise sagen, Deutschland ist da immer noch einer der größten Gäber, aber es reicht natürlich trotzdem überhaupt nicht aus. Und deswegen glaube ich, dass da unheimlich viel mehr passieren muss. Wie gesagt, nochmal, nicht nur aus globaler Solidarität, sondern tatsächlich im Eigeninteresse. Denn jetzt erleben wir das mit Omikron und wenn da die Pandemie so weitergeht im Moment, das sieht man es ja so eindrucksvoll auf dem Bild, dass einfach der Kontinent wirklich absolut unterversorgt ist, das darf so nicht bleiben. Das darf nicht so sein. Die ganz Schlauen haben natürlich sofort gesehen, ich habe zwischendurch eine nächste Frage eingestellt, denn die Frage ist, was passiert danach? Wir werden gucken, also da gibt es hier ein paar Sachen, einzelne Einschränkungen fallen weg, einzelne Einschränkungen bleiben oder Einschränkungen als Werkzeug bleiben. Ich finde das insofern spannend, weil wir viele andere Katastrophen hatten. Also ich nehme mal so ein Paradebeispiel, ja, der 9.11., der 9. September, Terrorismus und danach spielte die Welt ein bisschen verrückt und überall hat man gesagt, jetzt brauchen wir Antiterror hier, Antiterror da, wir müssen abhören und so weiter. Und das Schlimme ist, das bleibt dann. Irgendwo wurde das, kristallisierte sich das in so Gesetze, wo ich persönlich vielleicht manchmal ein Problem habe, aber ich sage, ey, guck mal genau hin. Was ist deine Einschätzung? Wird nach Corona sozusagen diese Grammatik weiter bestehen bleiben? Also, mal ein einfaches Beispiel, ich habe, im Winter gibt es Influenza, wir wissen alle, bei der Grippe sterben auch Menschen, heißt es, nachdem wir nun wissen, Masken helfen, auch gegen Influenza. Wird es heißen, dass, wenn ich Alena Büx in vier Jahren in der Bahn treffe, im Winter, dass wir beide Maske tragen? Also, was viele gar nicht wissen, ist, dass wir ja schon häufig in der Vergangenheit Maskenpflichten hatten in bestimmten Einrichtungen. Das gibt es nämlich bei den starken Grippewellen, hat es das immer mal gegeben. Sagst du als Ärztin natürlich in einer Klinik. Aber das ist, finde ich, nicht irrelevant. Also, das wissen viele gar nicht, dass es das tatsächlich gibt. Also, es gibt da schon sozusagen Vorläufe, das ist das eine. Was du meinst, ist natürlich was anderes. Das ist ein wichtiger Punkt, den du sagst. Ich sage das nur deswegen, weil wir haben ja schlagartig das Begrüßungszeremoniell geändert. Und ich sage, als Salberinder, jetzt machen wir Namaste, weil in vielen Kulturen berührt man sich nicht. Und ich glaube, dass diese Rituale ganz viel mit Unterbrechung von Infektionen zu tun haben. Ja, das ist gut möglich. Also, es gibt ja viele Studien, die das untersuchen. Gerade im asiatischen Raum ist ja auch zum Beispiel das Maskentragen, ist ja ganz anders akzeptiert. Das ist ein Teil sozusagen eines Respekts vor dem anderen. Also, in Südostasien sieht man das. Also, ich bin da keine Expertin. Ich kann hier nur ein bisschen wiedergeben. Also, in Indien trägt man weniger Maske. Nein, aber es gibt schon, es gibt Ecken, wo das stärker verbreitet ist. Insbesondere, also, ganz dicht bevölkert Großstadt. Ja klar, also Südkorea, Japan und so, da sieht man, das gehört zum Alltäglichen. Aber das ist das, was du meinst. Wird das, werden solche Dinge eher soziale Praxis? Ganz ehrlich, ich bin da bei dem, was die anderen da gesagt haben. Ich glaube, maximal bleiben bestimmte Dinge als Werkzeug, die wir ab und zu mal rausholen, wenn es irgendwie temporär, also auch individuell sich so anfühlt. Ich zum Beispiel habe halt, so wie viele, gemerkt, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war nicht mehr erkältet seit Ewigkeiten. Das sagst du so, warte mal, warte mal, ich glaube da, liebe Frau Medizinerin, haben wir einen anderen Effekt erlebt, nämlich, weil wir uns so isoliert haben und plötzlich die Kindergärten aufmachten, gab es so einen Peak von vielen Erkältungswellen etc. Also, das haben ja zumindest viele Ärzte gesagt. Bei den Kindern. Ich rede jetzt aber von der Erwachsenen, die sich... Ja, auch bei den Erwachsenen. Du musst mich mal ausreden lassen. Ja, ich weiß. Nicht mehr kommen mit Frau Professor und Frau Doktor. So, lass mich mal zu Ende reden. Was ich nämlich sagen wollte, ist, dass man sich schon individuell dann vermutlich Situationen überlegen wird, wo man das nicht über Monate, das, was wir hatten, sondern wo man sich sagt, also diese Zugfahrten im Januar, wo alle total verrotzt sind und wo ich normalerweise auch immer verrotzt war, da könnte ich mir vorstellen, dass ich noch eine Maske aufziehe. Aber ich glaube wirklich, wir werden alle so dankbar sein, wenn die Pandemie wirklich vorbei ist, einfach das nicht mehr machen zu müssen, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass das irgendwie weit gefächerte soziale Praktiken sind. Und ich stelle mal die nächste Frage rein und das ist wieder eine Frage, wo ihr selber, ja, euch artikulieren könnt. Also was bleibt nach Corona? Ihr könnt jetzt selber sagen, zum Beispiel, ne, Maske tragen im Winter oder, keine Ahnung, nicht mehr umarmen, wenn man sich sieht. Oder positive Dinge. Das finde ich ja auch wichtig, weil du hast jetzt gerade die, das ist nachvollziehbar, aber also ich glaube, es gibt viele, die auch sagen würden, nach Corona bleiben bestimmte Rituale, auf die wir mehr geachtet haben, die auch was Schönes waren in der Familie zum Beispiel. Also ich kann für mich immer sagen, das klingt ja total peinlich. Nein, warum? Weil es so ein Klassiker ist, so ein totales Klischee. Aber ich habe in Corona zum Beispiel gelernt über mich selber, ich muss jeden Tag gehen. Ich muss raus, dann geht es mir gut. Kann ich bestätigen, das Ding hier auch. Genau, wir sind eben nämlich tatsächlich rausgegangen in der tiefsten Dunkelheit. Und wandern am Wochenende mit der Familie ist mit das Schönste, was es gibt. Und das ist was, das wird für mich und uns definitiv bleiben. Und das ist, das ist was sehr Positives. Also ich finde das wichtig, dass man so grässlich, dass dann alles gewesen sein wird. So wichtig ist es, dass man nicht nur sozusagen mit Horror zurückschaut und auch nur die negativen Dinge reflektiert. Ich bin da sehr bei dir, weil ich, ich habe das bei mir festgestellt, aber auch bei vielen meiner Freunde, diese Pandemie war auch eine Art Vollbremsung, wo wir ein bisschen über unser Leben nachdenken, über den Wandel. Also bei manchen war das durchaus eine Talsolle, also das ist nicht so ohne gewesen. Aber das Spannende ist, man merkt, da gab es viele Dinge, die will ich gar nicht mehr zurück. Also einfach mal Ex-and-Hop, ja, Meetings ständig im Flieger. Ey, jetzt können wir das online machen. Es ist ziemlich gut, der CO2-Fußabdruck wird weniger. Flexibilisierung, ich frage immer die Leute, wie wird es in Zukunft sein? Werden wir Homeoffice haben oder im Büro sitzen? Und die Antwort ist so 50-50. Also, was einem gerade, wenn man Kinder hat und so weiter, viel mehr Flexibilität gibt. Also vielleicht sollten wir auch da mal gucken, was sind die positiven Aspekte. Ich gucke mal, was ihr geschrieben habt. Also, ihr dürft auch positiv, ja. Also da sieht man Homeoffice, Masken natürlich, der Mond, der Mond bleibt. Das ist auch gut. Das Ewige. Das ist schön, das Ewige, ja. Also großartig. Aber das ist vielleicht eben auch ein, gab es das so, dass man nach Pandemien auch aus der ethischen Perspektive sozusagen eine Gesellschaft sich nochmal neu sortiert hat? Okay, das ist jetzt ein bisschen deprimierend, weil du mich auch nach der ethischen Perspektive gefragt hast. Also, es hat das, glaube ich, in früheren Jahrhunderten immer wieder gegeben. Es gab allerdings auch zum Beispiel die Spanische Grippe, über die es ganz wenig zum Beispiel Literatur und Kunst gibt. Erstaunlich wenig, weil sozusagen der große Spanische Grippe-Roman, den gibt es nicht, weil das so grauenhaft gewesen sein muss. So viele Millionen Menschen in so kurzer Zeit gestorben, das ist ja noch gar nicht so lange her, gut 100 Jahre, dass das so traumatisch war, dass es da relativ wenig zu gab. Aber, ganz kurz, es gibt einen Kollegen, Ross Upshore, der hat was Tolles gesagt, deprimierend, aber gut. Der hat gesagt, pass auf, ich habe mich mit Ebola beschäftigt, ich habe mich mit SARS-1 beschäftigt, mit den ganzen Grippewellen, mit der Schweinegrippe. Und immer ging es um dieses, was haben wir gelernt für uns, für die Gesellschaft und so weiter und so fort. Lessons learned. Und der hat gesagt, the lesson we have learned is that we do not like to learn lessons. Also, was wir lernen, ist, wir lernen nicht gern. Und das ist leider fürchte ich etwas, was wir auch zu einem gewissen Grad sehen werden. Ich glaube, ich bin ein bisschen skeptisch, dass wir jetzt sehr viel auch sozusagen in Vorbereitung, du hattest den Klimawandel erwähnt, in Vorbereitung auf zukünftige Krisen sind wir viel, viel besser gerüstet. Da bin ich leicht pessimistisch und ich werde, was ich Kleines beitragen kann dazu, dass wir da besser werden, das werde ich versuchen, weil ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Was du sagst, ist, ich gucke mal, warte, warte, hier, guck, ich zeig dir das nur, weil es gibt Daniel Defoe, kennst du Daniel Defoe, das ist der Mann, der Robinson Crusoe geschrieben hat und der hat ein tolles Buch geschrieben über die Pest, den Bericht des Pestjahres und er sagt, das ist eine Zeit von großer Traurigkeit. Also bleibt vielleicht eher so ein Trauma übrig, dass wir vielleicht nicht lernen, aber dass irgendetwas mitschwingt und wir am Ende sagen, oh, das geht gar nicht. Also sicher auch, das, was du gerade gesagt hast, das wird schon auch bleiben, also wir haben, ohne dass wir das so richtig gemerkt haben, echt einen Innovationsschub durchgemacht, also Homeoffice zum Beispiel. Digitalisierung. Digital Zoom-Meetings, ja, mit tausend Leuten und so, das war vor anderthalb Jahren nicht möglich. YouTube-Streams mit euch. Genau, also da wird schon auch noch, und auch so diese, also in vielen Bereichen, aber ja, also das ist vielleicht auch noch was und danke, dass ich die Gelegenheit kriege, das nochmal zu sagen. Ich glaube, was wir wirklich brauchen werden, ist einfach ein Prozess auch des Anerkennens und so ein bisschen der gemeinsamen Trauer, was wir da eigentlich durchgemacht haben und was wir alle verloren haben. Alle haben was verloren. Die einen haben wirklich das Schlimmste erlebt, die haben Menschen verloren, die haben ihren Job verloren, ihre Existenz verloren, aber selbst wenn man so wie unser einer privilegiert quasi in Watte gepackt war, hat man trotzdem ganz viel verloren, ganz viele Momente, die nicht passiert sind, ganz viele Reisen, Erlebnisse, junge Menschen, die ihre Abi feiern. Leute, die letztes Jahr angefangen haben zu studieren. Schrecklich, meine Studierenden, drei Semester am Stück nur, also alle haben ganz viel verloren und das muss man irgendwie auch ein bisschen öffentlich bewältigen und ich wünsche mir so eine Art öffentlichen Heilungsprozess. Und da sehe ich ganz wenig, ich finde das total irre, wie wir alle ständig immer wieder sozusagen normal agieren und alle sozusagen zurückkehren zu irgendwie Produktivität, was weiß ich nicht alles. Aber Corona-Blues, also ich habe immer gesagt, es gibt Corona-Blues, genau dieses komische Gefühl von, ich sehe das bei meinem Enkel, ja, letztes Jahr geboren und dann kamen die ganzen Lockdowns, ja. Ey, der Kontakt mit anderen Kindern, ich meine, das ist das Wichtigste. Ja, essentiell. Und immer nur, ja, Lockdowns, das ist nicht gut. Ich meine, das holen wir jetzt nach natürlich, aber es ist, ja, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir vielleicht auch offener über diese Verletzungen, was da passiert ist. Ja, ganz wichtiger Punkt. Welche Wege finden, Momente des Innehaltens, des gemeinsamen Heilens und Trauerns und so. Ich weiß, das klingt total nach Wort zum Sonntag und das soll es eigentlich gar nicht sein, aber da stelle ich mir wirklich irgendwie einen gesellschaftlichen Prozess vor, bei dem wir noch mehr machen müssen. Sag mir etwas, wir werden ja eines Tages davon reden, wir jetzt aufhören, ja, die Pandemie ist vorbei, ho. So, wie macht man das? Also, ich war letztes Jahr im März in einer, da waren wir, glaube ich, nie, da waren wir nicht zusammen, aber wir waren auch irgendwann in einer dieser Sendungen und da habe ich gesagt, es ist viel einfacher, Regeln einzuführen, als sie am Ende wieder zu lösen. Wie kommen wir raus? Wir haben ja jetzt so ein Ritual, wo wir alle morgendlich auf Inzidenz zahlen, also, ja, diese Karte ist zumindest phasenweise für mich so eine Art Morgenlektüre, aber irgendwann wird ja der Moment sein, wo man sagt, so, und das wird ja nicht ein Moment sein, wo niemand mehr stirbt, also es ist ja, wir sagen immer, den Krieg gegen das Virus, beim Krieg gibt es ja irgendwann den Tag, wo man sagt, so, jetzt ist Schicht, jetzt ist Schluss, Frieden, Freude, Eierkuchen, aber hier ist das so ein schleichender Prozess, wie kommt man da raus? Also, das ist eine ganz spannende Frage, da hat mein wirklich kluger Kollege Amin Nasehi von der LMU München was Schlaues gesagt, der hat gesagt, du kannst das Ende einer Pandemie nicht anordnen oder bestimmen, du kannst natürlich pandemische Lagen beenden und was weiß ich nicht alles, aber du kannst nicht sagen, so, schwipp, Pandemie ist vorbei. Die Pandemie ist dann vorbei, wenn all diese Praktiken, das, was du machst, ich mache das ja auch, ja, man scrollt, man guckt im Prinzip morgens zum Kaffee, guckt man mal auf die Zahlen und solche Dinge und jeder, ihr werdet eure eigenen Dinge haben. Die Pandemie ist dann vorbei, wenn sie, wenn all diese Dinge unter die sozusagen Wahrnehmungsschwelle gekommen sind, auch die öffentliche Wahrnehmungsschwelle, denn es wird natürlich immer wieder Todesfälle geben, wahrscheinlich werden wir ja in den berühmten endemischen Zustand kommen, also das Virus ist irgendwie noch da, aber es betrifft uns halt nicht mehr so heftig und das muss unter so eine gewisse Schwelle von Risiko. Na klar, aber was ist die Schwelle, also ich sage mal, ich habe so ein Video gemacht über das Impfen und dann ging es um Nebenwirkungen und ich habe gesagt, Leute, guckt mal auf das Risiko, also Haushaltsleitern, Autofahren und so weiter, aber irgendwann muss es ja diesen Moment geben, wo man sagt, so komm, jetzt ist echt gut, wissend, dass immer noch heute oder morgen oder übermorgen Menschen daran sterben, aber wo als Gesellschaft eine Akzeptanz ist, zu sagen, das nehmen wir in Kauf. Sag ich jetzt Pi mal Daumen, weil es auch eine ganz umstrittene Frage ist, das ist jetzt hier keine Positionierung, aber roundabout wird man das da ansiedeln, wo andere respiratorische Infektionskrankheiten liegen. Also wo du irgendwann sagst, du hast auch Asthma, du hast auch Influenza und so weiter und wenn wir sozusagen in dem Verhältnis sind, dann akzeptieren wir das. Um den Dreh. Wie ist es global? Ich frage deswegen, weil wir haben ja die Situation, dass das möglicherweise bei uns ganz schnell oder schneller geht aufgrund des Impfstoffs, aufgrund unseres Reichtums, aber es gibt andere Länder, wo man ja irgendwann sagen muss, die müssen auch durch sein, sonst ist das ja ein Spiel, was morgen wieder anfangen kann. Also wird das auch im globalen Bewusstsein eher so sein, dass man sagt, hey, wenn in der Welt dieses Feuer sozusagen wirklich nicht mehr so brennt? Ganz sicher, ja. Also ich fürchte, so ungerecht das ist, dass wir früher da sein werden, wo bei uns die Schwelle schon erreicht ist, aber wenn da immer noch große Feuer woanders lodern, dann kommen die zu uns rüber. Ja, also deswegen ist diese globale Dimension extrem wichtig. Also auch dafür, dass es unter unsere Wahrnehmungsschwelle fällt. Wenn da voll die Post abgeht, sozusagen Corona-pandemisch mäßig in einem anderen Land, dann kriegt man sofort wieder Sorge, au weia. Ja, ja, oder es kommt zu einer Absurdität, dass wir dann immer Grenzen zumachen. Genau, und das ist ja auch nicht unter der Wahrnehmungsschwelle, sondern was unter der Wahrnehmungsschwelle ist, um nur mal ein konkretes Beispiel zu nennen, das sind eben Grippewellen, die sind für die Allgemeinheit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle immer gewesen. Da hat es auch schon relativ kernige Jahre gegeben. Aber für die Älteren eben gerade nicht. Genau, und da waren bestimmte Gruppen betroffen und das muss man austarieren, wie viel akzeptieren wir als Gesellschaften zukünftig, weil das kommt ja noch hinzu. Das ist eben ja der Punkt, das ist ja sozusagen noch ein neues Risiko, das hinzukommt. Das müssen wir quasi eintakten und da sind wir definitiv jetzt nicht. Und ich glaube auch, das wird noch eine ganze Weile brauchen, bis wir da dann tatsächlich so sind, dass es auch nachvollziehbar und begründbar unter dieser Schwelle liegt. Ich habe eine interessante Dokumentation über Südafrika gesehen und da, und das Argument fand ich natürlich plausibel, sagen viele Menschen, ja Corona schön, aber wir haben noch Malaria und wir haben Typhus und wir haben Cholera. Also das ist ein zusätzliches Risiko, also wo man auch merkt, auf welch glückseligen Insel wir hier sind im Vergleich zu anderen. Darf ich da eins sagen, was bei uns halt so relevant ist, ist, dass jedenfalls so wie das Virus im Moment funktioniert, dass für eine Gesellschaft wie Deutschland, die sehr alt ist, wir sind eine der ältesten Gesellschaften der Welt, das ist für uns ein Riesenproblem. Also das muss man eben sich auch klar machen, dass das war, da macht die Altersstruktur der Gesellschaft einfach unglaublich viel aus. Ich habe jetzt Folgendes, weil wir kommen so langsam zum Schluss, für euch die Frage, die Wünsche für 2022. 2021, heute ist übrigens Nikolaus, ja, und gab es bei euch zu Hause heute Morgen Nikolaus? Ja, war super. Ich greife noch, Alena, ein paar Fragen auf, die hier sind, damit jeder sich auch gehört fühlt. Also, wir gehen das einfach mal durch. Einverstanden, da ist Nils, der sagt, ich glaube, dass das Händeschütteln nicht so schnell wiederkommt. Vielleicht eine Frage als konkretes Beispiel, Händeschütteln, wird es wiederkommen? Ja, aber weniger, würde ich sagen. Okay. So wie die Briten das machen, einmal, wenn man eine Person zum ersten Mal trifft, zum Beispiel. Vor 15 Jahren. User Lara.trala. Lara. Wirklich? Tralala? Okay. Wie lösen wir denn nun das Problem, dem Virus global zu begegnen? Also. Impfen, 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 impfen. Überall impfen? Genau. Überall impfen. Okay. Lasse Kolb, finde ich auch nicht, toller Livestream übrigens, muss ich an dieser Stelle mal ernsthaft loben, muss erst mal weg, aber gucke den Rest später. Okay, er muss weg. Das nehmen wir auch gerne. Ja, ja, wir müssen auch gleich weg. Danke für das Lob. Ja, danke für das Lob. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der sehr viel thematisiert wird. Es gab, ich wollte noch ein Thema angehen, noch einmal, weil ich diese globale Komponente so wichtig finde. Es gab ja einige, die gesagt haben, hey, Impfstoff, mach's offen, lass das Ding sozusagen weltweit laufen. Hast du eine Meinung? Darfst du eine Meinung haben? Nee, weil das dann, also das ist sozusagen, also tatsächlich bin ich, was das anbelangt, auch nicht kompetent. Vielleicht sage ich das besser. Okay. Ich traue mich eigentlich nicht, zu einer komplizierten Frage eine einfache Antwort zu geben, wenn sie nicht in meinem Expertisebereich liegt und das ist tatsächlich so. Das macht dich total sympathisch, weil ich glaube ehrlich gesagt auch, wenn man wirklich ins Detail guckt, merkt man, da sind ein paar Sachen, wer hat den Vorschlag gemacht, wie viele Patente hat derjenige, der den Vorschlag gemacht hat. Also da gucke ich genau hin. Aber wir sind uns einig, wir müssen sozusagen diese blinden Flecken auflösen, also das ist vielleicht mein Wunsch, persönlich fürs nächste Jahr, also hier sind eure Wünsche, kommen wir gleich, aber mein Wunsch ist nochmal, wenn wir nächstes Jahr zusammen sind, möchte ich, dass sozusagen diese Farbgebungen nicht so unterschiedlich sind, global. Aber jetzt gucken wir nochmal auf die Wünsche und ich möchte den Stream natürlich beenden, nicht nur mit euren Wünschen, da steht Solidarität, Gesundheit, Freiheit, Umarmungen, siehst du, die haben nichts verstanden, aber sehr sympathisch. Nur wieso, das finde ich, kann ich total nachvollziehen. Ich habe dich jetzt gerade zitiert, als er gesagt hat, nach Pandemien lernen wir nichts und das ist auch gut so. Ja, weniger Big Tech etc. Ich ende damit, liebe Alena, du kriegst nochmal hier, guck mal da. Oh nochmal. Ja, das gehört sich immer so, am Ende der Sendung sagt man das. Was ist dein Wunsch für nächstes Jahr? Also nicht dein privater jetzt, aber als, ja, eine ganz wichtige Person, die, glaube ich, eine wichtige Grundlage mit erarbeitet, die im nächsten Jahr dieses Land hier prägen wird. Ich wünsche mir, dass wir mehr wieder ins Miteinander reden und Zuhören kommen, dass wir diese Gräben ein Stück weit zuschütten, dass wir dieses Polarisierte stärker aus den Debatten rauskriegen und dass wir eben auch gemeinsam diesen gesellschaftlichen Heilungsprozess durchlaufen. Ja, das war so eine Frage hier. Wie schaffen, wie überwinden wir das Trauma dieser Pandemie, sagt Denise Mbä oder Mbä, ich weiß es nicht. Also Trauma überwinden, wirklich sich mal wieder erholen. Ja, und super Frage, Denise. Ich kann das dir selber oder Ihnen nicht beantworten. Das ist nämlich etwas, da gibt es viele andere, die sich damit sehr viel besser auskennen. Ich weiß nur, dass ich es mir wünsche und dass das was ist, von dem ich sage, das brauchen wir. Das fehlt uns noch und das werden wir wahrscheinlich noch mehr brauchen nach diesem Winter. Ja, sehr gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch Gesundheit. Ich persönlich finde immer, diese Pandemien, die rütteln auch an einem. Und ich glaube, das haben wir heute festgestellt, es gibt auch manchmal Positives, was man mitnimmt. Also die Chance auch ein bisschen über das Leben, über sich, über die anderen nachzudenken, das ist auch ein vielleicht Geschenk der Pandemie. Ja, in dem Sinne, das war's. Empfehlt uns weiter und ihr seht da unten, klickt das an, abonniert und macht den ganzen Tralala, passt auf euch auf. Und wenn ihr noch nicht geimpft seid, bitte impft euch. Und wenn ihr schon geimpft seid, bitte boostet euch. Und kommt gesund ins nächste Jahr. Tschüss. 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 Tschüss.